Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Apex Legends und zwar ein bisschen schnell, habe ich gemerkt. So, springen da runter. Mal gucken, letzte Video war, okay, paar Kills gemacht, Champion geworden. War, annehmbar. Es gibt einen schmalen Grat. Am lebendigsten fühle ich mich, wenn mir der Tod bevorsteht. Nicht am Ratschiff. Dinger! Wo willst du denn hin? Ich habe hängen über mich älter gesichtet. Meine Sicht ist klar. Feind ausge... Ich stehe unter Beschuss, Freunde. Ein Gegner ist aus. Sätze, Hakenheim. Runde 1. Starten Ring Countdown. Der nächste Ring ist weit weg. Ich habe ein totgeweihtes Ziel gesichtet. Lade Schilde auf. Ja, genau. Du warst eine harte Nuss, mein Freund. Gegner in der Nähe. Achtung, der Champion wurde eliminiert. Der Champion wurde berurteilt, den Firmen zu reichen gefunden. Augen auf den neuen Killspitzenleiter. Hier ist eine R301. Das war... Gut, ich muss auch sagen, ich habe mich drauf... War ein bisschen überheiflich und dumm. Tja, machst du nix, mein Gott. Erste Runde. Ich bin ja wieder da. Ja, ich kann dir nicht helfen, Kumpel. Oh! Noch 150 Sekunden. Heile meine Wunden. Oh! Jawohl! Wow! Ich gönne meinen Schilden eine Aufladung. ich habe nur jungen ist das ne kacke die gegner schießen auf mich hat er da drei kills gemacht so eine kotze war ja wieder nicht ich bin der alt Die Entscheidung verändern alles. Salz und Beibruch. Meine sind übrigens auf Stahl. Gut. Das ist euer Champion. Ihr seht vor euch eine Kämpferin. Was sehe ich vor mir? Oh, Sieger. Dann wird nichts. Das ist immer so dämlich. Achtung. Erster Treffer. Ein erstes Auffall. Lasset die Spiele beginnen. Der nächste Ring ist weit weg. Muss schneller werden. Hier ist ein erweitertes Leichtstuch. Anpassung gefunden. Habe hier eine Anpassung gefunden. Neuer Kielspitzenreiter. Angeber. Ja, das könnte ich brauchen. Hier ist ein erweitertes Schweres Magazin. Stufe 3. Kielspitzenreiter eliminiert. Was ist denn der andere? Da irgendwo. Habe hier eine Anpassung gefunden. Joke. Ich brauche leichte Munition. Habe hier eine Anpassung gefunden. Hammerpunkt. Ich brauche einen verdammten Rucksack. Achtung. Der Champion wurde eben geblieben. Woher geht der hin? Champion erledigt. Den wollte ich eigentlich selbst stumm legen. Jetzt geht's los. Geh die Hände entlang. Dammt. Eine Minute. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, jemand hat mich im Visier. Ich feuere. Bereite Phasenverschiebung vor. Auf die Plätze, fällst ich los. Ich brauche eine leichte Munition. Hier ist gleich die Munition. Ja, das könnte ich brauchen. Sehr schön. Alter, was ist denn hier passiert? Ich brauche den Ring, oder ich täte euch selbst. Ring, Bewegung, jetzt. Rapidamente. Besagt mir einen Rucksack. Der Leifertal auf. Ah, verdammt. Verdammt. Ich wollte jemanden lebensmüde. Lade, still dir auf. Der Leifertal auf. Der Leifertal. Schnell da, Schnell da! Eröffne Feuer! Achter auf! Greift an! Ich stopf dir das mal! Schnell auf! Nächstes Opfer! Nächstes Opfer! Achtet hier! Achtet hier! Hautträger gleich hier! Feind direkt hier! Wir sind Hautanzüge! Wir sind Hautanzüge! Achtet hier! Hier ist jemand! Hautträger gleich hier! Wir sind Hautanzüge! Nächstes Opfer genau hier! Feind direkt hier! Wir sind Haut... Hier entlang! Feind direkt hier! Feind direkt hier! Nächstes Opfer genau hier! Hautträger gleich hier! Hier ist jemand! Wie steht das? Ach, ich bin am Boden! Hautträger gleich hier! Hier sind Hautanzüge! Feind direkt hier! Nächstes Opfer genau 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 hier! Zwei Runden! Aua! Zwei Runden komplett scheiße! Ich glaube ich sollte mal wir haben ja Kostik spielen! Ich finde Revenant aber irgendwie cool auch! Diese Hautträger wollen alle sterben! Jo, neister Skin! Einzäunen und auszäunen! Einzäunen und auszäunen! Irgendwo runterspringen! Da! Lande dort, wer du weißt, was gut für dich ist! Digga! Dann wird doch nichts! Dann wird doch nichts! Erster Treffer! Erster Treffer! Da! Und da! Dornen! Kacke! Ne! Weitere! Du bist ein Schalt! Ich hab einen Feind ausgescheitert! Du bist ein Schalt! Du bist ein Schalt! Du bist ein Schalt! Ich stehe unter Bedeutung, gerade nach. Ich hoffe, du erwartest keinen Darm. Ich stehe unter Bedeutung, gerade nach. 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 Ich stehe unter Bedeutung. Ich stehe unter Bedeutung, gerade nach. Ich stehe unter Bedeutung, gerade nach. Ich stehe unter Bedeutung. Ich stehe unter Bedeutung. Ich stehe unter Bedeutung, gerade nach. Ich stehe unter Bedeutung. Ich stehe unter Bedeutung. Ich stehe unter Bedeutung. Ich stehe unter Bedeutung, gerade nach. Ich stehe unter Bedeutung, gerade nach. Ich stehe unter Bedeutung. Denke nicht, dass ich dir was schollte. Kein Problem. 8 Squats noch. Du hast 1 Kill gemacht, ey. Hier ist ein Scharfschützenschaft. Stufe 3. Der andere ist aber mal komplett weit hinten. Hier ist eine Optik für Scharfschützen. Gut, dann werden wir da mal hingehen, ne? Ich habe dich gehört. Chega. Hier ist ein Versorgungsbehälter. Wir sind im Ring. Das heißt, gleich werden Sie kommen. Ist aber ein Feind gesichtet. Ja. Achtung, liefere Verkehrpaket aus. Vorräte sind unterwegs. Ich habe einen Feind gesichtet. Ich sehe in der Ferne ein Ziel. Stelle ein Portal auf. Wer hat den Grill hatte? Wer hat den Grill hatte? Ich habe das Portal aufgestellt. Ich habe den Grill hatte. Hier ist es. Nein Komm hier hin, Digger sie zweiter pech man kann doch nicht sein dass er einfach nur scheiße läuft kai los gehen kommt schon mein freund zeit für den sieg kommt er jetzt wahrscheinlich jetzt aber klar nehmen wir den ich will den typen noch gar nicht er bleibt noch nie gespielt ich wollte doch gar nicht oder kostig drücken scheiß werde ich jetzt ich habe kein bock auf dem master macht ich will noch gar nicht sein nein mann ich wollte denn gar nicht es geht los das wird ein langer fall macht sicher spaß heute die typen gar nicht ich habe hier eine anpassung ich bedanke mich nicht hier das spiel ich hier blatt und den heute alle schon super rüstungen und ein Nix. Die Hämlung glaube ich auch. Gut. Ne man. Ich hab nur Stufe 2. Ich hab das aber auch. Ich hab ja den Wind draußen. Hier ist eine R9. Hier ist ein Helm. Stufe 2. Danke. Ich helfe immer gern. Hör mal mit. Hier ist ein Rucksack. Stufe 2. Gut. Das hab ich auf Bein knarren. So ein Visier. Ob das Ding gut ist. Keine Ahnung. Ob das Ding nicht gut ist. Keine Ahnung. Hier ist ein erweitertes leichtes Magazin. Stufe 1. Nein. Stufe 1 hab ich. Wir haben Glück. Wir sind schon im Ring. Zu Ammonition bin ich jetzt erstmal ein bisschen versorgt. Alles einfach mitnehmen. Das ist so klar. Hier ist ein Standardschaft. Stufe 1. Der kann ich gebrauchen. Den kann ich gebrauchen. Den kann ich gebrauchen. Holt er sich jetzt, oder? Achtung. Liefere Care-Paket aus. Das könnte ich brauchen. Care-Paket von oben. Standard. 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 Ja, das kann ich ganz gut brauchen. Und locket. Bom. Danke. Danke. Vielen Dank. Gern geschehen. Ich mag dich auch. Hier ist eine Optik. Für Mitteldistancen. Ne, man ist cool. Irgendwann war hier unten noch so. Woops. Ich hab hier eine Anpassung. Hammerpunkt. Hammerpunkt. Frau Wollschwörs. Leichtes Magazin. Ach. Mehr hab ich. Ach, ok. Nanananananananana. Bleib davon. Zwei. Nehmen wir mal mehr mit. Ach so. Ich hab schon 10 Stück. Na gut, man kann besser zu viel auf Vorrat haben. Junge, wo rennen die denn immer alle hin? Ich glaub gerannt hier grad irgendwo einer. Find Kontakt. Ich hab ein ungeweites Ziel gesichtet. Halt einfach die Klampe. Lenny. Ja. Ich hab das auch. Ich hab das auch. Mach das auch. Ich hab das nicht mehr gesagt. Jetzt geht's hin. 강 Bass. Ich hab das auch mal einen Punkt. Dürfen wir nicht mehr lassen. Ich hab das nicht mehr hyvä List. Die Gälder schießen auf mich. Falsch. Wir haben das letzte Mitglied ausgeschaltet. Gute Arbeit, Team. Ich bin unter Beschuss. Boah, die Gälder. Ich bin unter Beschuss, Freunde. Ich gönne meinen Schild in eine Aufladung. Allvater, schenke mir Klarsicht. Lade nach. Kanate, auf. Feind am Boden. Feindkontakt. Kontakt mit Gegner. Ich gönne meinen Schild in eine Aufladung. Ich gönne meinen Schild in eine Aufladung. Ich bin der neue Kirchspitzenreiter. Im Parallel. Vielen Dank. Repariere. Ich brauche einen Moment zur Heilung. Lade Schild auf. Hier ist eine Optik. Für nahe Distanzen. Ich gönne meinen Schild in eine Aufladung. Hier ist eine Schild-Batterie. Danke. Eine Minute. Der Ring ist nicht weit weg. Hier muss ich kurz noch. Ah, gut. 45 Sekunden. Der Ring ist in der Nähe. Werden wir hier drüben? Eine halbe Minute. Der Ring ist nah. Ich glaube, die sind voll die Rasierer, ey. Lade Schilder aus. Ich habe meinen nächsten Kerl gesehen. Genau hier. Ich wünsche euch. Das wird bestimmt Spaß machen. Schnauze. Da kommt ein Kerr-Paket. Ich stehe unter Beschluss. Ja, ich habe einen Gegner in. Feind am Boden. Aufwachen. Wir werden von einem zweiten Sportatagieren. Lade nach. Segne dich mit Klarsicht. Ich habe einen Gegner in. Heil. Feind am Boden. Ich habe einen Gegner in. Ich gönne meinen Schilden eine Aufladung. Ausgeist vor ihm. Gegner in der Nähe. Wer ist der? Feind. Nicht. Aufwachen. Der gesamte Squad ist ausgeteilt. Komm hier rüber. Es sind nur noch zwei feindliche Squads übrig. Ich brauche einen Moment, um meine Schilder aufzuladen. Hier ist ein Phoenix-Kit. Hier ist eine Optik. Für Mitteldistanzen. Hier war jemand. Ich gönne meinen Schilden eine Aufladung. Ich repariere mich selbst. Ich stehe unter, Beschluss. Der Schilder auf. Noch eine Minute. Der Ring ist in der Nähe. Werde beschossen. Ich traue jemand lebensmüde. Ich bin im Kasten. Hochstern unterwegs. Gegner, die Archite. Ich bin im Kasten. Ich muss nachladen. Benutzer haken. Willkommen. Ich bin im Kasten. Der Ring ist in der Nähe. Lade nach. Kontakt. Noch 30 Sekunden. Werbebogenstein. Lade nach. Kein. Die Gegner schiebt nach mir. Ich lade kurz nach. Wow. Stopp. Ich repariere mich selbst. Lade meine Schilder auf. 10 Sekunden. Richtig. War. Wann? Der Ring aktuell in Bewegung. Der Ring bewegt sich, Freunde. Achtung. Liefere Kehrpaket aus. Geh hin. Da draußen ist dein Kehrpaket. Ich habe hier eine Anpassung. Powerpunkt. Oh, eins kommt noch. Umgebung. Wer hat sie das denn jetzt geschafft? Runde 4. Starte Ring-Countdown. Feind unterdäumen. Benutzer hat. Ist angekommen. Feind da drüben. Team, ich habe unsere nächste Ring-Position gefunden. Leht auf eure Karten. Setze Haken ein. Feind der Ferne anziele. Okay. Wohohohohohoho. Schi. Der will über der Schaffe ziehen wir. Ich habe nichts am Kill gesehen, genau hier. Feind gesichtet. Tja, ist klar, Bro. Wer will beschossen? Ich soll jemand lebensmüde. Feind da drüben. Ich stehe unter Beschuss, Freunde. Ich stehe ein bisschen schwachen, lade sie auf. Ich repariere mich selbst. Bekämpfe den Feind. Ich wurde ausgeschaltet. Ring ist in der Nähe 30 Sekunden. Ich stehe unter Beschuss. Ich stehe unter Beschuss. Brauche einen Moment. Ich kann meine Fälligkeit nicht einsetzen. Ich bin am Boden. Ich bin auf der Ziel. Ich bin auf der Ziel. Ich bin auf der Ziel. Vielen Dank. Ich stehe unter Beschuss. Lade sie auf. Markiere die Bewegung. Warnung. Ring aktuell in die Gegend. Nein. Ich bin am Boden. Kontakt mit Gegnern. Wir sind glatt. Gegner in der Nähe. Benutze ein Medi-Kid. Ich stehe unter. Und los geht's. Repariere. Gehen wir hierher. Ich bin am Boden. Verdammt ey. Den ersten. Den ersten hab ich ja wohl getkillt. Wir haben unsere Apex-Champions. Glück. Da hab ich mal sieben Kills gemacht ey. Was sonst nichts zu tun hat ey. Na ja. So liebe Leute. Ich muss sagen. Dann bin ich mal das Video. Ich hoffe euch gefallen. Lasst gerne mal da um da um. Wollt ihr heute. Na gut. Zweiter war es ne. Es war okay. War. Gibt schon mal bessere Tage. Ähm. Wenn ihr Bock drauf habt. Gehen wir mal am nächsten Mal dabei. Wer ich gucke mich sehr drüber freuen. Und dann wünsche ich euch jetzt auch immer noch ein schöner. Schönen Tag. Bis dahin. Und. Tschö. Tschö.